Bekomme ich einen Kredit, bekomme ich einen Leihwagen, bekomme ich einen Internetanschluss und all diese Dinge, die basieren heute auf solchen komplexen algorithmischen Systemen und Entscheidungen. Da spielt es eben auch die große Rolle, wie eine Aufsicht darüber geführt wird und ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und darum haben wir Algorithm Watch gegründet. Wir versuchen auf Gesetzesänderungen hinzuwirken und wir versuchen die staatlichen Stellen dazu anzuhalten und tatsächlich ihnen auch in den Hintern zu treten, um das zu machen, dass sie diese Kontrolle ausüben.